Ich kenne die Männer Ich kenne die Männer von A bis Z und finde das Thema trotzdem noch nett. Doch frag ich vor, dann mit Humor, das ist mein Prinzip. Was ein Mann sich so denkt, alles will er gleich geschenkt und sagt dabei, ich bin so frei. Für ihn gibt's kein Problem, jeder macht es ihm bequem und er erhält. Was ihm gefällt, Frauen sind dir öfter schon begegnet, wie es so viele gibt. Aber mein Freund, dir fehlt vor allem eine Frau wie mir. Was ein Mann sich so denkt, alles will er gleich geschenkt und er erreicht, nur rein vielleicht. Es ist mein Grundsatz, ich bin bereit, das Leben nicht nur ernst zu nehmen. Drum sag ich offen, von Zeit zu Zeit ist mir das Thema, Mann, ganz lieb. In meinen Jahren kennt man die Welt, wenn sie uns trotzdem noch gut gefällt. Wie nimmt man sie mit Ironie, das ist mein Prinzip. Was ein Mann sich so denkt, alles will er gleich geschenkt und sagt dabei, ich bin so frei. Für ihn gibt's kein Problem, jeder macht es ihm bequem und er erhält, was ihm gefällt. Frauen sind dir öfter schon begegnet, wie es so viele gibt. Aber mein Freund, dir fehlt vor allem eine Frau wie mir. Was ein Mann sich so denkt, alles will er gleich geschenkt und er erreicht, nur rein vielleicht.